Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Transit World 2 Video hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr und heute fahre ich am Fahrplanmodus umher und das sind wir wieder vom Random Number Journal Writer von Google die Strecke, den Zug und auch die Wetterbegebenheiten vorhersagen so gesehen. Fünf Wettermöglichkeiten gibt es im Winter. Es wird mal zur Abwechslung nicht ein klarer Wintertag, sondern es müsste glaube ich ein stürmischer sein. Einfach mal, es ist ein schneereicher Wintertag. Wir haben ein paar Züge zur Auswahl und zwar genau acht Stück an der Zahl und es soll werden Nr. 7, sprich die BR 143. Diese hat 77 Zugdienste und es soll Zugdienst Nr. 30 werden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game in der Baureihe 143. Und zwar fahren wir den RE6 von Bochum-Hauptbahnhof nach Duisburg-Hauptbahnhof. Fahren also diesen Regionalexpress zwischen Bochum-Hauptbahnhof und Duisburg-Hauptbahnhof. 346 Tonnen, 6. Aber wir haben eine Länge von 148,6 Meter. Und es ist nicht nur schneereich, sondern auch neblig. Dann, äh, ging das nicht auch hier? Tür wieder links. So. Wunderbar. Dann noch Sifa und PZB ein. Gut, ich habe das umgekehrt gemacht. So. Spitzdignal auf Fahren. Wahrscheinlich lieber noch ein bisschen mehr. Wir sind ja alle jetzt hier nicht. So. Dann das Ganze jetzt schließen. Hallo? Danke. Türfreigabe aus. Und Bremsen lösen. Ähm. Und ich war schon weiter nach vorne. Dann die AFB. Kann ich sogar schon einstellen. Warum auch immer die AFB anders. Ja. Die AFB ist einfach allgemein. Alles klar. Oh. Ich habe nur keine Ahnung, wie schnell ich gerade fahre. Das ist das Problem. Weil ich bin ja noch im... Ich habe ja noch PCB und Sifa. Oh Gott. Diese Helligkeit von der Sonne. Ne. Ich weiß nicht, ob der Monitor jetzt zu hell ist oder nicht zu hell ist. Ich sehe halt gerade nur weiß. Ich sehe nix. Oder für euch. Ich sehe bis hierhin. Mehr nicht. Gefühlt. Ah ja. Da ist auch mal der kommt. Ich merke das schon. So. Dann kann ich mal die AFB auf 40 stellen. Scheiße. Dürfte ich ja eh nicht. Aufgrund von PZB. Äh. Aufgrund der V-Überwachung und in der ich noch drin bin. Wie würde ich jetzt gerade schon interessieren, ob es warum... Das ist auch so ein allgemeines Ding, weswegen die CPU-Auslastung einfach übertrieben groß ist. Ah. Ich bin jetzt aus der Überwachung raus. Wunderbar. Dann kann ich jetzt beschleunigen auf 120 zumindest schon mal zuerst. Das haben wir schon dazu. Das ist eine Höchstgeschwindigkeit. Bestimmt nur 120, oder? Wenn ich das wüsste. Äh. Ne. Es ist übrigens Buttonscheid. Ich müsste das schon längst sein, glaube ich. Äh. Scheibenwischer muss ich hier anmachen. Ich glaube schon, oder? Äh. Ich mach's einfach mal an. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier anmachen muss. Aber wenn es ein schnellreicher Tag ist, dann klar. Äh. Äh. Also hier ist das... Okay. Jetzt ballt das jahres Club gar nicht rein. Aber irgendwie ständig ballt hier das jahres Club rein. Ich muss ihm heute wieder unterstellen den Kontrast. Ich sehe halt nix. Sondern es lässt auch gerade lustigerweise nach. Gerade als ich den Kontrast niedriger mache, lässt es dann nach. Sehr schön. Ach ja. Ach ja. muss ich habe es null ahnung wie ich jetzt runter bremsen muss wenn ich jetzt teste ich könnte prinzipiell testen ob bei 120 plus hier geschwindet hier das heißt also ich so schnell fahre kann ich testen ich glaube das werde ich auch machen aber gut ich kann die afb nur von 120 stellen gut dann kann ich immer 120 fahren 2,2 kilometer noch wenn ich wüsste wie gut die bremsen sind wenn ich das wüsste bremsen wir runter auf 100 auf 90 als ob da kein licht ist bei den leuten noch mal kurz das licht checken aber erstmal afb runter auf 40 soll man mehr reingebremst wird was ihm nicht passiert also muss ich so rein bremsen fahre dann in falsche richtung oh gott danach wieder ein damit wir ein bisschen mehr reinfangen fahren kann aber zweifel und verspätung ja gut verspätung welche ganze mitnehmen scheinbar zumindest für den anfang vielleicht kann ich die zeit auch noch gut machen aber ich muss erstmal hier wieder ins verhalten reinkommen von der b 143 hier muss ja schon stehen so ich sehe halt so wenig einfach weil es hell ist weil sowieso schnee liegt und zwar in zwei noch die sonneneinstrahlung von der seite kommt ja 47 meter vorbei nur links türen öffnen verspätung von anderen der zweieinhalb minuten läuft ja vielleicht kriege ich das bis essen noch wieder reingefahren schauen wir mal schauen wir mal wer doch gedacht wenn ich nicht ein bisschen zeit noch gut machen können andererseits bezweifle jetzt auch ein bisschen einfach aus dem grund müssen lösen afb auf 40 fürs rausfahren aus dem bahnsteig einerseits bezweifle jetzt auch irgendwie ein bisschen einfach aus dem grund weil ich halt nichts sehe jetzt bei dieser aber auch richtig ich weiß nicht warum ich es gerade vor meinen augen weg gewedelt habe als ob es irgendwie raucht oder so hier drin also ich erstmal war erstmal auf afb mit 30 damit ich überhaupt hier mal vorankomme weil es weiß ist gut sie auch leicht bergauf war noch mal der beste tag der sonne der beste tag der sonne der beste tag der woche was wenig sonneneinstrahlung betrifft wo ja mal nachschauen heute auf alle fälle nicht jetzt sehe ich ja wobei sogar noch relativ wenig mit drei sonne schon das muss ich dann schon teilweise ein bisschen vorschieben aber vielleicht kann ich dann drei videos kann ich dann vielleicht vier videos an dem tag aufnehmen wo dann gar keine sonne einschalung sein soll aber ich schon mal wie das wetter ist im idealfall nehme ich halt solche sachen dann lieber auf wenn es keine sonne einschalung gibt weil dann ist es deutlich entspannter so bei hierbei bei trains in world 2 da kann man noch mit sonne einschalung fahren das ist ja nicht so nicht so wild gut also ich sag mal so im winter ist es dann schon wieder ein bisschen wild mit winterlichen bedingungen weil es halt einfach auch schon vom mondisch her wieder so eine helle vom schnee her kommt aber so zumindest für die frühlingsaufnahmen ist es dann auch komplett irrelevant oder oder frühling sommer und herbst also neun mord im jahr so gesehen kann ich schweiz in world 2 jederzeit egal ob sonne oder nicht sonne zocken ich bin gespannt ob ich eine medaille bekomme oder nicht jetzt zahlt das jüngste den hauptbahnhof auf bahnsteig 2 ich soll in anderthalb minuten da sind ich habe noch sechs vier meter vor mir ich habe das gefühl ich bekomme dann mit fünf minuten verspätung an ich muss besser rausfahren also gut dass man darf nicht vergessen liegt schnee und so also ja ich glaube ich schalte dann auch gleich die afb ab zwei kilometer runter auf 40 120 auf 40 weil wenn man dann erstmal so geschwindigkeit aufgebracht hat mit der bhr 300 300 mit der bhr 143 ist es eigentlich so dass man dass man also also das ding ist ja also in manchen ländern ist es so dass man die zahlen einfach in der reihe nach ausspricht ist es bei deutschen zügen auch so dass man sagt eigentlich bhr 143 oder sagt man bhr 143 beispielsweise jetzt in großbritannien sagt man ja dann eher class 3774 anstatt von 300 3000 oder 300 die 377 ist dann halt die 377 und 377 ok kurz vor essen hauptbahnhof geht es dann eh wieder runter klar essen ist halt essen hauptbahnhof geht es runter auf 100 kilometer pro stunde ist dann welche sowieso schon erreicht haben das ist schon eine schöne fahr das einzige was mir schade ist dass man halt so hier in der log selber so wenig von der log mitbekommt ist ja doch schon ziemlich ruhig hier drin im führerstand so ich sollte ja schon längst da sein die sollte von einer minute da sein ja ja auch mal im regionalexpress schaffe ich es wie eine s-bahn zu fahren ich gehe schon mal runter auf 80 einfach um schon mal runter zu bremsen also die 100 die werde ich auf alle fälle erreichen ich gehe noch weiter runter zu 70 scheiß sogar noch zu früh oder ach komm mit 70 kann man ja schon durch fahren also gezielten 70 sag ich mal es erschützt sich auch etwas größeres aus vorfeld so dann gehe ich noch runter auf 40 für die einfahrt immer schon ein gleis wechsel und jetzt muss ich glaube ich sogar noch mal selber nachbremsen und davon habe ich diesmal den haltepunkt nicht ganz so mies verpasse schon hier mit 40 rein da vorne ist der ungefähr aber nicht ganz so schlimm wie beim anderen oder kommen wir noch 43 meter nah dran nah dran so wieder verriegeln die freigabe rausnehmen die bremsen scheinlich vorher lösen können und dann geht es weiter nach mülheim zum mülheim hauptbahnhof gut ich habe die habe das noch mal ausgebaut auf um 14 um 24 minuten habe ich die verspätung und nach ersten hauptbahnhof noch mal ausgebaut so die 100 sind auch immer noch gerade aktuell gegeben aber die werden sich gleich noch mal ändern 130 30 kilometer genau 600 meter geht es noch auf 130 ich mache jetzt einfach mal schritt für schritt doch mehr auf schritt für schritt bleiben sondern das einfach nicht nur sagen soll dann direkt danach und weiter nach oben gehen sollen so jetzt haben wir die 50 ja schön mit dem ja es ist doch einfach schön wenn man so wie die oberleitung da rum ferkelt 8,6 kilometer ich soll eine anderthalb minuten da sein ja nee not gonna happen aber ich würde sagen ich komme jetzt deutlich schneller zumindest hier aus den aus den hufen und schneller zu potter und schneller abgeschwindigkeit ich weiß gerade gar nicht ob ich überhaupt vielleicht irgendwann mal im pcb reinfahren weil ich es einfach nicht sehe dass da jetzt gleich was kommt aber schon mal schön also kann ich jetzt ein entspanntes ründchen hier über die komplette schrecke von der hauptschrecke München in der hauptschrecke rein ruhe man muss ja nicht über 160 hier rüber brettern 120 ist ja auch mal in ordnung hoppala habe ich vielleicht deswegen die verspätung ich habe keine ahnung vielleicht vielleicht auch nicht wahrscheinlich liegt es auch an den wetterbedingungen wer weiß vielleicht wird der zufalls generator uns ja auch so geredet sein und entweder im frühling im sommer oder im herbst dass ich dann nochmal mit der b 143 hier auf der hauptschrecke rein ruhe die komplette schrecke fahre noch 6,4 km hätte ich gewusst dass es so lange dauert hätte ich mir vielleicht doch nochmal von unten was zu trinken hochgenommen aber konnte ja keiner ahnen gut dass ich hier noch noch wasser rumliegen habe Mensch reicht ja sogar für ein großes glas noch so gut auf die 130 km die kann ich verzichten aber gut da geht es auch wieder in den Mühlhammer in der Ruhe rein ähm aber die 130 km die habe ich sowieso schon ich frag mich ja wie sehr ich gerade den Verkehr aufhalte ne also muss ja schon ein bisschen sein ne weil hier ne ich ja nicht allzu flott unterwegs bin aber schon nice also die Geschwindigkeit auch gehalten werde hier mit der b 143 kurz vor den 4000 punkten ich würde sagen ich bremse halt auch schon wieder ungefähr so rein wie gerade eben auch war eigentlich ganz in Ordnung würde ich erst mal so sagen würde ich erst mal so sagen das ist jetzt so schwer zu schätzen aufgrund der Wetterbedingungen ich bin hier mal gespannt was dann der Zufallsgenerator bei dem nächsten Video was ich dann gleich nochmal aufnehmen möchte äh so rausspuckt aber zuvor werde ich dann auf allefälle nochmal nach unten gehen und nochmal Sicherheitshabern nochmal was zu trinken hochholen ich schalte schon mal die AFB auf 100 km pro Stunde es geht ja noch bergab und dann gehe ich weiter runter auf okay 70 okay okay dann schon auf 70 alles klar ich wollte eigentlich eher auf äh ich verstehe mir ruhig gehen ich wollte 80 glaube ich gehen aber das ist ja auch nicht verkehrt ich schließe sich immer noch bergab ich schlage die AFB auf 40 vielleicht geht es auch schon mal runter auf 20 ich muss auf allefälle eh nochmal nachbremsen mit der normalen Bremse Bremse mit der normalen Bremse jetzt nehmen wir uns eine S-Bahn oh klingt das gerade nur so ich würde sagen ja Haltepunkt wieder verkackt ich frag mich auf was mein bester Halt sein wird ne also aktuell ähm ja lass nicht drüber reden die 4 Minuten Verspätung oh das ganze nur um 5 Sekunden erweitert die Verspätung die gar nicht wahr um eine Minute 5 Sekunden oder ja Goldmedaille wird schwierig glaube ich Goldmedaille wird glaube ich sehr sehr schwierig schwierig ja die Punkte die lassen zu wünschen übrig aktuell die lassen aktuell gerade echt zu wünschen übrig äh ja hofft genau die Punkte fürs 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 wieder rausfahren aber fürs einsteigen lassen müssen was zeitliche nächster Halt ist dann auch schon der Endhaltepunkt Duisburg Hauptbahnhof auf Bahnsteig 4 ihr soll dort sein in Lassenness drüber reden ich werde garantiert niemals rechtzeitig dort ankommen aber das war ja schon auf der gesamten schacke klar so die 5000 mittlerweile aber auch gleich geknackt damit ich ja auch ein bisschen war gut gut punkte kann man nicht sagen es halt schließlich nur in einführungszeichen der hauptschacke reine ruhe auf rapid schwein sie wird es anders aussehen dann würden so die level nur so purzeln ich weiß gar nicht mehr ganz genau wie das wobei auf der auf der sandwich da wird auf alle fälle ist es halt nur güter zuverkehr auf der auf der strecke wird es nicht ganz so viele punkte geben da wird nur 30 punkte geben und halt fürs halten da wird sich ganz viele punkte geben aber dafür lange folgen lange videos ich weiß gar nicht welche strecke sonst noch so viele stops hat ähnlich wie rapid transit wo es ordentlich punkte hagelt jetzt so spontan gar nichts einfallen da steht ein güterzug oder meine s-bahn der güterzug wartet auf mich die s-bahn die kann auch fahren kann doch fahren die kann fahren die sich beeinträchtigt durch mich durch meine super gute pünktlichkeit noch fünf kilometer bis duisburg ich muss schon sagen so winter also so 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 wir sind ja sehr viel ich bin ja sehr viel jetzt im winter gefahren auch viel klarer winter ich muss schon sagen so abwechseln ab zur abwechslung mal nicht klarer winter zu haben sondern hier wirklich sowas komplett verschneit ist hat was schon heiß ist schon sehr sehr nice finde ich so hast vor duisburg wässern auch werde ich dann auch noch mal ordentlich unter gebremst werden schon vorhinein geht es ja mittlerweile schon wieder runter auf 140 danach über 120 oder auf 100 und dann die einfach damit 40 oder 30 ich weiß es gerade gar nicht mehr ist ja auch mal so mal so so und auf 100 geht es runter dann schalte ich um die afb runter auf 100 das sollte sie mich mal unterbremsen so dass ich die einfahrt ja nicht verkacke eigentlich kann ich schon runter gehen auf 80 würde ich sagen da haben wir die 100 ich habe schon mal runter auf 80 bzw lassen mich runter bringen wir sind auf 80 dankeschön dass du wieder beim ersten mal direkt das angenommen hast wo angenommen wurdest ach unter 60 ich weiß es nicht ja komm warum nicht ich bin ja eh zu spät 1 ich sagte ja ich werde pc bei dieser fahrt übersehen und das war auch kein wirkliches links denn es war klar dass ich übersehen würde so auf 40 kurz bevor die sonne wieder so richtig am reinsteigen war aber wie gesagt zu spät war ich eh goldmedaille wird es wahrscheinlich nicht werden eher eine silbermedaille einfach weil ich auch so viel verspätung hatte eigentlich hatte ich durchgehend verspätung also da dann irgendwie noch eine goldmedaille zu bekommen das wäre ja schon heavy aber da ich jetzt sowieso in der v-überwachung bin passt das auch ganz gut dann kann ich wirklich hier schon entspannen wenn wir es jetzt nicht rein tuckern tuckern oh setzte fetter HERR lotta herr Tired in herr k So, wieder Ausstiegsfahrt Richtung rechts. Ist noch irgendwo hier? Oh man, ich war doch gerade mal runter, aber es ist noch 25. Ja, dankeschön, dass ich hier auch keine Punkte bekomme. Gut, das gab es nur 417 Punkte, einfach weil ich nicht schnell genug runter war auf 25 km pro Stunde. Und ich dann noch eine zweite PCB-Swang dazu bekommen habe. Jetzt bedeutet die gesamten Köln. Zuidinhas! Rauss! Ruhe! Rauss! Ruhe! 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 Dann haben wir nochmal die Auswertung. Die beste Haltergenauigkeit war in Mülheim an der Ruhr. Duisburg wurde es nicht aufgrund der zweiten Zwangse. Da war eine Haltergenauigkeit von 146 Metern nur drin. Und es wurde nur noch eine Silbermedaille. Sehr schön. Ich habe dafür benötigt 35 Minuten für den RL6 von Bochum nach Duisburg. 34,87 Kilometer zurückgelegt. Es gab 6.246 Punkte und nur noch eine Silbermedaille. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat dir gefallen und ich hoffe wir sehen euch dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder.